hallo Leute, herzlich willkommen auf den neuen Sonnengewinnen. Heute mal von der Flussweinung. Video. Unter anderem habe ich in der letzten Folge ja ein bisschen Probleme gehabt mit Essen und Trinken. Ich habe es jetzt allerdings alles so wie es geht hinbekommen. Ihr seht schon, dass ich hier auch rote Beete habe. Also Essen habe ich auf jeden Fall auch. Trinken weiß ich jetzt auch, wie das funktioniert. Ich kann jetzt hier einfach Blanke platzieren und dann nicht trinken. Achso, geht noch nicht. Mit Süßwasser füllen, weil hier tatsächlich noch was drin ist. Also jetzt kann ich es trinken. Und ihr seht schon, dass mein Durst hochgeht. Jetzt kann ich das hier noch mal reinpacken, damit es Süßwasser wird. Das kann ich dann auch hier zum Ding benutzen. Hier kann ich jetzt praktisch die rote Beete reinpacken. Dann kann ich nämlich auch die Kartoffeln praktisch noch verarmen, damit ich auch Kartoffeln habe. Auf jeden Fall weiß ich jetzt so grob, wie es geht. Ich habe mir auch ein paar gemacht, falls ich mal irgendwo stecken bleibe, dass ich dann immer weg kann. Also ich habe mich jetzt auf jeden Fall schlauer gemacht, als ich vorher war tatsächlich. Und ja, kann ich auf jeden Fall viel mehr Dinge machen. Muss ich mir auf das Essen und sowas achten, weil ich jetzt weiß, wie es geht. Und ich habe auch genug Essen. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Äh, unter anderem weiß ich jetzt auch, wie man das hier benutzt. Ähm, das brauche ich aber nicht. Äh, erstmal nicht. Weil ich halt, äh, also ich kann jetzt von hier drin praktisch dieses Teil werfen. Dann kann ich das hier zu mir ziehen. Hab ich's. Zack. Ähm, ja, so kann ich das machen, auf jeden Fall. Ähm. So, Leute, ich muss mal kurz einen Atem machen. Scheiße, jetzt habe ich mein Wasser weggebildet. Oh. Damit. So, jetzt. Ähm, da sind Delfine. Oh, Nusker. Warte, kann ich die hier unten sehen? Ja. Buh. Der Hai. Es ist nice, 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 nice. Ähm, ich habe gerade schon mal ein Video gedreht, äh, hier rüber. Allerdings gab es da ein paar Probleme. Kannst du jetzt Antennen? Ich kann gerade im Moment sehr viele neue Dinge machen, sehe ich gerade. Ähm, eine Antenne, wofür braucht man die denn? Was ich jetzt erstmal mache, ist ein bisschen mein Fluss größer bauen. Ey. Nein. Hier hoch. Bam, 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 bam. So, jetzt kann ich Süßwasser füllen und erstmal Pflanzen wässern und dann hier rein machen. Kann ich hier platzieren? Ach, nee. Ähnlich. Ach, zu spät. so auch plan empfänger und antenne so dafür ist wahrscheinlich dieser forschungs kann das sein? öffnen. erforscht. was heißt das jetzt? erforscht. was hier? was wollte ich denn jetzt? nasser ziehlen? ausstattung, nagel, nagel, abwagschild, kalender. was für braucht man? okay, okay, okay. hier kann man anscheinend irgendwas platzieren, den ganzen gegenstand zu machen. kann ich sogar machen. okay, jetzt kann ich hier drücken erforschen. was hat das erforscht? und dann kann ich hier diese dinge alle machen. aha! schätz mal, ich komm immer näher. jetzt beispielsweise eins oder nur eins? nee, eins. ja. erforschen. bam. oh, wie schrott. warte, kann ich die auch reinmachen? nee, eine. ah, scheiße. ah, nee. nix passiert. seile. kann ich glaub ich auch kurz machen. ein seil herstellen. erforschen. so. nägel. schrott brauche ich dafür. ja, das kann ich nicht. versteh aber nicht, was man tatsächlich mit eins macht. so. kartoffel essen. so. äh, glaub ich meine kiste. da isse. nein. komm. so. egal, ich farm jetzt erstmal. das hier noch. so. hopp. okay, okay. also ich brauche, was brauche ich denn, um zu forschen? werre flasche. ah, 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 federnagel. ich brauche einen nagel. ich brauche einen nagel. ich brauche einen nagel. ich brauche Schrott. ich brauche Schrott. 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 ich brauche Schrott. wo ist hier Schrott? oh, die schrott. hier ist schrott. hey, das ist kunststoff. ich brauche schrott. ich brauche schrott. wo ist denn? was kriegt man denn hier Schrott her? kunststoff. das ist ja alles nur kunststoff. warte, ich muss mal kurz hier zu meinem dingstil zurück. verstehe nicht, wenn man mein dingstil bekommt. da habe ich in meiner piste stein drin. dann pack ich einfach hier zu. zack. warte, ich guck mal jetzt mal. wir öffnen. 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 nötig zum aufwenden von funktionalen in der nähe. aber wie baut man das denn jetzt? dann hier nur ein forschungstisch. ein einfaches bett. da brauche ich drei nägel für. und zehn palmblätter. die habe ich. drei nägel kann ich nicht machen, weil ich keinen schrott haben. das hier könnte ich machen. ausstattung gibt es noch gar nichts. ach, mir fehlt. das hier und das hier. so. äh. so. äh. noch ein seite. jetzt ist das spät, ne? ich kriege den wieder hoch. soo. äh. öööööööööööööö. eppich. schild. äh. nägel. braucht man wahr. wurf an. Anker, Wurfanker, 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 Wurfanker. Was ist denn jetzt dieser Anker? So. Ah, der kann nur einmal verwendet werden. Okay. Naja. Okay, okay, okay. Okay, da weiß ich dann schon mal Bescheid auf jeden Fall. Dass der nicht, dass er nur einmal funktioniert. Ich möchte noch so eine Kartoffel oder irgend sowas. Die habe ich noch nicht. Jetzt habe ich einen Schott bekommen tatsächlich. Spätwunder. Ein Weltwunder. Weltwunder. Ah. Zack. 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 Bitte noch. Oh, rüber habe ich bekommen. Oh, Kartoffel. Ja, ich kann Kartoffel anbauen. Ein Fluss. Da, okay. Na ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Und dann, Leute. Ah ja, Sandow. Ciao. 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 Vielen Dank.